Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Prince of Persia The Forgotten Sands. Wir spielen immer noch die Wii Version dieses Spielsicht. Es gibt ja vier Versionen. Wir spielen die Wii Version. Wir haben die PS3 Version schon gespielt und dabei wird es leider auch bleiben. Sowohl die DS als auch die PSP Version wird es leider nicht als Let's Play hier auf dem Kanal geben. Zumindest nicht in absehbarer Zeit. Ich will nicht sagen, dass ich es nie machen werde, aber definitiv vorerst nicht. Das heißt, wenn wir hier mit der Wii Version fertig sind, geht es weiter mit dem nächsten Teil der Reihe und zwar mit The Warrior Within, wo ich mich übrigens schon sehr drauf freue, denn The Warrior Within hat tatsächlich meinen Lieblings-Prince of Persia-Widersacher. Da wird es ein paar relativ coole Momente geben, denke ich. Jetzt müssen wir hier aber erstmal weiter. Wir waren dabei, die Steine zu reinigen, ne? Meine ich, mich zu erinnern. Nicht zu erinnern. Das ist Galavius-Käfer. Au! Mist, viel Elf. Wir haben hier noch einer. Was ist das? Nimm das! Jetzt habe ich den Kuh. Was war denn das gerade? Wie hat das gerade ein Lüpp gemacht? Und ich konnte... Keine Ahnung. Ich bin total verwirrt. Ich hoffe, ich bin laut genug. Ich habe mein Mikrofon ein bisschen anders stehen als sonst. Ich bin hier ständig am Experimentieren, wo ich die wenigsten Störgeräusche habe, tatsächlich, wenn ich was aufnehme. Weil es macht ja schon einen Unterschied, wenn ich vom PC was aufnehme, steht das Mikrofon an einer anderen Stelle, als wenn ich jetzt von der Playstation 3 oder von der Playstation 4 was aufnehme. Und wenn ich von der Wii U was aufnehme, steht das Mikrofon noch wieder woanders. Es sind ja immer andere Geräte an. Es laufen andere Lüfter und alles. Der Prinz macht da gerade diese lustigen Sachen, weil ich hier Palmar 10 mit meinen Händen fuchtle. Obwohl ich gar keine Facecam habe und ihr das überhaupt nicht sehen könnt. Das ist einfach Macht der Gewohnheit. Das ist ganz furchtbar bei mir. Es sind immer andere Störgeräusche, es sind immer andere Lüfter, Ventilatoren an etc. Und ich bin ständig am gucken, wo, wenn ich was aufnehme, wie das Mikrofon am besten stehen sollte, ausgerichtet sein sollte, um nicht zu weit von mir entfernt zu sein, wegen der Aufnahme meiner Sprache, als auch nicht zu nah an den Störgeräuschen. Und das ist ganz furchtbar. Ich brauche mal so ein professionelles Studio oder sowas. Das wäre total cool. Okay, das kriegen wir hin. Wir gucken das nochmal. Das war einfach, das hat sich ja nicht mal gedreht. Die Sensorleiste von der Wii U, oder beziehungsweise von der Wii im Allgemeinen, die steht übrigens auch jedes Mal woanders, um zu gucken, wie es mit der Steuerung hier am besten funktioniert. Die Menagerie der Müden, aha. Durch jene Türe wollen wir schreiten. Müssen wir aber vorher die Skarabinkäfer da loswerden. Wie war das, wenn die Frucht aufgefuttert ist, wird es ungemütlich? Warum sollte ich da hochholen? Kann ich da jetzt einfach so hoch im Moment? Nein, kann ich nicht. Zerstöre die Frucht, um die Käfer anzulocken. Okay. Ich muss wahrscheinlich die Frucht zerstören, damit die Käfer da hin marschieren. In der Zeit muss ich da am Rad drehen. Das würde mir wahrscheinlich irgendwie ermöglichen, da hochzukommen. Und da oben kann ich dann die Tür öffnen. Das ist zumindest meine Vermutung jetzt. Es kann auch sein, dass die Reihenfolge so ein bisschen variiert. Das wird sich ja dann zeigen. So, jetzt war der Z. Da ist Z. Und es kann natürlich auch sein, dass wir direkt die Tür öffnen, dass der Weg nach da oben irgendwie was Optionales ist. Prinz, setz dich in Bewegung. Lass dich nicht fressen, Prinz. Oh Gott. Klettert irgendwo hoch, sonst treffen sie euch auf. Alter, was soll denn das? Wie ist das fiesiger? Alter. Was soll denn das? Dann geht's doch... Okay, jetzt auf einmal. Oh Gott. Wir müssen diese Insekten loswerden. Endgültig. Sind die hier hoch? Nein. Aber ich habe meine Sandladung verloren. Sandladung, ja. Ich bin schon wieder in Sands of Time. Aber... Na gut, das ist ja im Prinzip sowas ähnliches, ne? Oh, ich musste mich gerade ganz schön zusammenreißen, um mich von Prey loszureißen. Ich habe die heutige Folge von Prey, die habe ich nämlich auch gerade erst aufgenommen. Das hat mir richtig... Da war ich... Ich war diesmal richtig drin. Ey, ich fuchte schon wieder mit den Händen. Ich war richtig drin. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich wollte eigentlich gar nicht aufhören. Aber ich musste mich so zusammenreißen, um jetzt erstmal Prinz of Persia aufzunehmen, damit wir heute quasi alle Folgen haben. Ich nehme nämlich wieder so ein bisschen kurz vor knapp auf. Da muss ich dringend mal dran arbeiten, dass das nicht immer so knapp wird. Aber ich hatte durch Arbeit... Ich hatte einfach verdammt wenig Zeit für das eigentliche Aufnehmen. Ja gut, ich hatte genug Zeit, um schon wieder extra Videos zu machen, wie jetzt die neuen Folgen von Skyrim, die ja jetzt immer sonntags kommen zum Beispiel. Wie komme ich da immer runter? Ah ja, okay. Ja gut, aber eine Stunde Skyrim, das ist nicht vergleichbar mit den vier Stunden alleine Aufnahmezeit, in der Regel, die ich brauche für Prey, Prince of Persia und Yu-Gi-Oh! In der Regel, weil es sind ja jeweils drei Folgen. Prince of Persia und Prey sind immer eine halbe Stunde, also anderthalb Stunden insgesamt Aufnahmezeit, sind drei. Yu-Gi-Oh! ist meistens, nicht immer, manchmal ist es auch kürzer oder teilweise auch länger, aber meistens sind das so ungefähr 20 Minuten, also kann ich eine Stunde rechnen. Dafür sind vier Stunden, allein um Montag, Mittwoch und Donnerstag abzudecken. Dazu kommen ja dann nochmal im Augenblick Walking Dead, Dark Souls und Mass Effect Andromeda. Das sind nochmal jeweils anderthalb Stunden, sind wir auf viereinhalb Stunden. Und dann halt die Sonntagsgeschichten noch, ne? Also da kommt schon einiges an Aufnahmezeit in der Woche zusammen. Normalerweise habe ich die Zeit dafür, es ist relativ selten, dass ich die eben mal nicht habe, aber es kommt halt vor. Sonst kann ich, ich will jetzt schon mal sagen, dass es durchaus möglich ist, dass nächste oder übernächste Woche das eine oder andere, die eine oder andere Folge auch mal ausfällt, weil ich einfach ganz beschissene Dienste habe diesmal. Ich habe gar nicht gesehen, wo es weitergeht. Ich habe einfach ganz beschissene Dienste habe, die es mir kaum ermöglichen werden, vernünftig... Ach, darunter. Ach, ich sehe es schon. Die es mir kaum ermöglichen werden, vernünftig aufzunehmen. Es wird nicht alles ausfallen. Also ich werde... Ich werde der Möglichkeit natürlich versuchen zuzusehen, dass gar nichts ausfällt. Aber es kann halt doch passieren. Und das bitte ich an dieser Stelle jetzt dann schon mal zu entschuldigen. Ähm, wie gesagt, Ich habe ganz blöde Dienste jetzt kommende Woche. Also für euch jetzt kommende Woche. Für mich ist es tatsächlich noch zwei Wochen hin. Nächste Woche geht... Also die Woche, wo jetzt diese Videos hier laufen, die aktuelle Folge zum Beispiel, das ist für mich jetzt gerade nächste Woche. Da gehen meine Dienste. Da habe ich relativ viel Spätdienst. Ähm, was es mir ermöglicht, dann abends noch mich hinzusetzen und etwas aufzunehmen. Oder vormittags nochmal. Ähm, das heißt, nächste Woche sollte eigentlich gut gehen mit den Folgen. Die Woche darauf sieht es ein bisschen ungünstig aus. Weil ich habe... Ihr müsst wissen, ich habe nachmittags selten Zeit. Zumindest wenn, ähm... Wenn ich in der gleichen Schicht arbeite wie meine Freundin. Und das ist tatsächlich dann die Woche mal der Fall. Ja, da sind wir quasi nachmittags beide zusammen. Und wenn wir beide zu Hause sind, setze ich mich hier nicht stundenlang hin und nehme irgendwelche Let's Plays auf. Und da ich ja Frühdienst habe, kann ich auch abends mich dann nicht nochmal hinsetzen und hier irgendwas aufnehmen, während sie dann schon im Bett ist. Weil ich bleibe in der Hänge sowieso länger auf. Ähm, weil ich halt zum Frühdienst muss. Deswegen nicht hier bis 12.01 Uhr sitzen kann, weil ich um 4 Uhr wieder aufstehen muss. Das bedeutet, dass ich halt die Woche relativ wenig Zeit zum Aufnehmen habe. Kann sein, dass das eine oder andere ausfällt. So, jetzt habe ich es nochmal vernünftig erklärt. Ähm, muss aber nicht sein. Ich weiß auch noch nicht, wo ich dann die Prioritäten setzen würde. Also was auf jeden Fall nicht ausfällt, ist The Walking Dead, weil das ist tatsächlich schon komplett abgedreht. Äh, das Let's Play habe ich fertig. Die dritte Staffel ist tatsächlich fertig abgedreht. Das wird also nicht ausfallen. Äh, schwinge die B-Firmen und das Nunchuk auf einen auf dem Bauch liegenden Feind um sie vorzutöten. Ah, ja. Okay. Ähm, es wird wahrscheinlich am ehesten, äh, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es Skyrim trifft. Wobei, äh, Wochenende kann ich noch am ehesten was vorbereiten für. Ähm, Ich kann, ja, ich weiß es nicht genau, ich, ich kann es unmöglich sagen. Es hängt auch schon ein bisschen davon ab, wenn ich dann Zeit zum Aufnehmen habe, worauf ich gerade Lust habe. Äh, wobei ich mal ganz stark davon ausgehen würde, dass Prey und Dark Souls wohl nicht ausfallen, weil das sind die Spiele, die im Moment, die mich im Moment am meisten fesseln. Ich meine, Spaß machen sie mir alle, aber das sind die Spiele, wo ich wirklich, wo ich mich echt losreißen muss, um dann irgendwann mit dem Spielen aufzuhören. Lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe. Dieser scheiß Käfer hier nochmal auslocken. So, okay, werfen hier in Sicherheit. Und hier rüber. Was mich zur Zeit von den laufenden Projekten tatsächlich am wenigsten fesselt, bin ich ganz ehrlich. Äh, das ist Yu-Gi-Oh, da ist so ein bisschen der Saft raus. Ich meine, ich ziele Phase 4 jetzt noch durch. Ähm, jetzt sind wir so weit gekommen, jetzt mache ich den Rest auch noch. Aber es ist, da ist wirklich nach, ja inzwischen 200, über 220 Folgen, ist da so ein bisschen die Luft raus. Und wenn Phase 4 dann abgeschlossen ist, also wenn wir mit den Herausforderungs-Decks da tatsächlich fertig sind, wird es auch erstmal eine Yu-Gi-Oh! Pause geben. Also ich werde mir da nicht das nächste Yu-Gi-Oh! Spiel direkt suchen für den Kanal. Ich will nicht ausschließen, dass ich das irgendwann mache, dass wir nochmal Yu-Gi-Oh! spielen werden. Oder vielleicht, vielleicht auch mal Magic the Gathering oder sowas in der Art. Aber, äh, auf jeden Fall ist dann erstmal Pause. Und jetzt nutze ich Prince of Persia hier als Infomercial, wo ich gar nicht weiß, wie viele von euch das überhaupt gucken und ob die richtigen Leute dann hier die Information überhaupt erhalten. Das heißt, ich müsste es theoretisch in jedem Let's Play nochmal wieder erwähnen. Und da denke ich sowieso nicht dran. Alter! Ja, ist ja der Bogenschütze weg. Gut, dass wir die Herr Oma ganz gut, äh, absorbieren können. Gut, dass wir die Kleinen, das war das Kleintie weg. Und dann, wie war das nochmal mit dem Rollen? Gut, dass wir die Karte haben. Pass auf, die kann ich nochmal rollen. Äh, eine ganz beschissene Taste dafür. Alter, die Kamera, ne? Die Kamera ist gerade eine Katastrophe. Oh, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Dann halt so. Hauptsache, der Kerl ist erledigt hier. So. Und seine Lebensenergie gehört mir. Wie war das? Deine Seele gehört mir. Eindeutig besiegt. Aber dass das im Englisch ist, ist das viel cooler. Fatality. Flawless Victory. Ja. Mortal Kombat. Ähm, das erinnert mich. Injustice 2. Gibt's ja inzwischen auch, ist ja inzwischen auch draußen. Den ersten Teil haben wir ja auch gespielt. Den zweiten wird es definitiv über kurz oder lang dann auch mal als Let's Play hier auf dem Kanal geben. Und ich weiß allerdings nicht wann. Kann durchaus sein, dass das zum Beispiel erst kommt, wenn wir mit Yu-Gi-Oh! fertig sind. Weil im Moment habe ich einfach so viel auf meiner Liste, auf meinem Schirm, auch Sachen, die noch kommen. Wie zum Beispiel dann im vierten Quartal Call of Cthulhu. Ein Spiel, wo ich mich auch schon sehr drauf freue. Und das geht nicht nur mir so. Ich weiß, dass der Alleric sich da auch sehr drauf freut. Dass er das auch, äh, wohl auf seinem Kanal dann mit Let's Playen wird. Fliege in den Bogenschutz und deinen Kräften des Schaffens ein. Fliege in den Bogenschutz und deinen Kräften des Schaffens ein. Fliege in den Bogenschutz und deinen Kräften des Schaffens ein. Wo sind wir jetzt? Wir sind immer noch... Wir sind letztendlich immer noch dabei, diese beiden Säulen da, äh, zu säubern und zu befreien, damit wir letztendlich dann das Tor öffnen können, richtig? Wir sind immer noch auf der Skarabien-Seite. Also quasi auf eins von zweien. Das ist, äh, ausführlicher, als ich erwartet hatte. Hier die H.O. mal wieder sehr präsent. Okay, das wollte ich so nicht. Sondern eher so. Huh, warum ärgern die uns immer so? So. Dann öffnen wir mal das Umbrella-Logo da im Boden. Was sind das für Geräusche? Ah. Erseufen wir diese verdammten Mistviecher. Möhohohoho. Ha, hab ich euch. Der Palast wartet. Wir sollten zu den Gärten zurückkehren. Kommt, ich kenne eine Abkürzung. Ich habe keine guten Erfahrungen gemacht mit Leuten, die kommt, ich kenne eine Abkürzung, sagen. Ich habe auch schon mal, das war, äh, im Prinzip, mussten wir nur noch drei Straßen weiter, die sagen, du kannst hier auch links fahren, das ist eine Abkürzung. Diese Abkürzung hat uns eine Dreiviertelstunde gekostet. Ja, das ist jetzt sehr, sehr zusammengerafft, diese Geschichte, aber es ist, ähm, ja, das würde jetzt zu weit führen, das genau im Detail zu erzählen und ich weiß auch nicht, ob ich, äh, ich meine, ich will mal nicht so sein. Ich will mich gerade mal konzentrieren, so. Das war einfach. Okay, so, da sind wir wieder. Äh, da sind auch die Kerle wieder. Wir müssen da ein ganz kleines bisschen auffassen, weil da eine Säule sich tatsächlich bewegt. Ach, stopp. Warum rollt er sich immer so unglaublich weit weg? Alter, diese Kamera, die ist mehr mein Feind als alles andere. Das kannst du auch in die Tonne treten hier. Guckt euch das mal an. So, respawnt der jetzt? Oder, oder, äh, regeneriert der seine Power? Oder? Okay, ich brauche auf jeden Fall nur einfach immer auf ihn einschlagen und irgendwann ist der Schild dann auch zerstört und dann spare ich mir diese, ähm, ja, diese, diese Extra-Taktiken da. Extra-Taktiken ist das falsche Wort. Ähm, ihr wisst, was ich meine, ja? Das ist akribische hin- und herspringen und klettern. Du weißt eine Menge über diesen Ort, Sarah. Ich weiß über viele Dinge eine Menge, mein Prinz. Wohl wahr. Aber hier besonders. Die Zauberin will deinesgleichen vertrieben haben. Hast du einst hier gelebt? Die Hexe sollte man ignorieren. Der Befall durch die Herr-Oma hat ihren Geist verwirrt. Ich weiß nicht. Natürlich hat sie mal hier gelebt. Ist es ihre Stadt, oder nicht? Die Stadt der Geister und Dschins. Das, ähm, wollte ich nicht. Ich kann interessanterweise nur, äh, links und rechts laufen hier gerade. Nicht nach oben und unten. Das ist total irritierend. Blauer Retro-Drink. Ach, ist das eine Hommage an... An das originale, äh, Prinz of Persia. Ui, äh, so 2D-Platformer und so. Ist schon irgendwie total cool. Ach, ich finde das gerade echt cool. Solche Einlagen. Ja, jetzt müssen wir uns wieder beeilen. Hops und Hops und Hops und durch. Ich darf mich immer noch nur in zwei Dimensionen bewegen. Habe ich schon erwähnt, dass ich das total cool finde, hier gerade. Wenden. Alter, was war das denn? Fick dich doch. Dann halt so. Oh, ich habe schon wieder das schlimme Wort gesagt. Was wollte ich gar nicht. Und jetzt müssen wir sowieso da hinten hin, okay. Aber diesmal war wahrscheinlich nicht so super viel Zeit. Oh, es ist vorbei. Ich kann mich wieder in allen drei Dimensionen bewegen. Aber sehr cool gemacht. Sehr, sehr cool gemacht. So, hier sind wir jetzt wieder beim Garten, wo wir die, äh, wo die Skarabälen uns gejagt haben. Daneben. Oh, alter Prinz. Z.B. alter Prinz ist ja sowas nicht gemeint. Aber trotzdem. Prinz. Ich werde ja wohl den Knopf finden hier oder treffen. Oh, es nervt mich, dass der immer nicht springt. Bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Muss ich da was zu sagen? Muss ich da echt was zu sagen? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Die können wir auf jeden Fall wieder abspeichern. Ja, ich weiß nicht. Schaffe ich es noch bis zu einem neuen, weiten Speicherpunkt? Hier haben wir die Skarabälen abgehängt. Ich kann jetzt die Säule durch die Gegend schieben, aber ich weiß nicht so genau, was sonst das bringt oder wo ich die Säule hinpacken soll. Obwohl. Gut, eigentlich war es relativ offensichtlich. Und damit ist die erste von zwei Seiten frei. Die Statue ist frei von Käfern. Fast. Zumindest. Aber die andere Seite müssen wir immer noch in Position bringen. Und da müssen wir uns als erstes überlegen, wie kommen wir hier rüber. Und zwar ist es eigentlich ganz einfach. Ja, okay, so einfach war es da wohl doch nicht, sich da an dieser Kante festzuhalten, obwohl es eigentlich einfach hätte sein müssen. Der Prinz sich nicht immer so anstellen würde. Ist ja furchtbar. Mal gucken, was uns hier erwartet. Und da lang geht es weiter. Aber nicht mehr heute. Denn hier wird abgespeichert. Und dann sage ich, das war Prince of Persia The Forgotten Sands für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch aber erst einmal eine gute Nacht. Bis dahin wünsche ich euch.